Kloonberti, in Singleplayer-Games sind übrigens The Sound Alerts aus. Dies tut mir leid. Du kriegst dein Geld dann nachher wieder. Das ist das Problem. So, was ist aber, wenn dieser Code nicht für hier ist, sondern für unten? Also nicht für unten, in dem Fall für den anderen. Safe. No? Ich weiß übrigens nicht, wo es hier hinten lang geht. Also eigentlich weiß ich es glaube ich schon, weil ich bin schon mal durch. Ja, das geht nicht mehr da durch. Ja, das ist jetzt so aktuell mein Problem. Ich bin schon öfter mal hängen geblieben im Game, weil ich, also genau zu sein zwei- oder dreimal, weil ich halt nicht immer alles gleich gesehen habe, was auch irgendwo rum lag. Und das ist ein bisschen problematisch. Jetzt müssen wir in ein zwei. So, weil hier steht ja jetzt dieser Safe. Offensichtlich gibt es hier auch noch was. Das habe ich auch wieder nicht gesehen. Na, fein, Daniel. Ich habe mir wieder den übelst geilen Hack ausgedacht, der keinen Sinn macht. So, ähm, ich wette, der brauchen einen Kelch in die Flossen. Das ist immer das Hauptproblem, wenn man das Spiel irgendwie mal aufgehört hat und dann nicht weitergezockt hat ein paar Tage, dann weiß man immer nicht, wo man zum Schluss war. Äh, mein Problem ist jetzt... Irgendwo habe ich gelesen, dass die Uhrzeit überall gleich war. Ich weiß es halt nicht mehr. Ich muss das mit den Sounds auch schmerzhaft rausführen. Ich habe meine Kulde bis heute nicht zurück. Ahn, sei doch nicht so. Ich vergesse es auch manchmal. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich... das wirklich so Sinn macht. Ich habe immer die übelst geilen Ideen. Aber... Letztendlich stellte sich das dann meistens dann doch als einfacher raus. Aber das Hauptproblem ist jetzt hier. Es gibt in dem Spiel einen Haufen Uhren und die stehen immer auf der gleichen Uhrzeit. Natürlich habe ich mir nicht gemerkt, welche Uhrzeit das war. Und es gibt hier auch, glaube ich, keine Uhr. Ich muss mal gucken, weil die sind normalerweise übelst laut und nervtötend. Gucken wir mal, ob es hier eine gibt. Weil eigentlich stehen hier alle Uhren auf der selben Uhrzeit. Das ist hell. Aber das macht keinen Sinn, glaube ich. Wir können es natürlich probieren. Das wäre viertel sechs. Aber die anderen Uhren... Also, die sahen anders aus. Kann ich eigentlich dann ziehen? Nee. Die sahen halt aus wie die auf dem... Ne? Auf dem Tisch. Oder auf diesem Kontrolltisch da. Jetzt ist halt die Sache... Finde jetzt... Die ganze Zeit gehen mir die Uhren auf den Sack. Jetzt finde ich keine. Warum sollte es hier auch eine Analoguhr geben? In irgendeinem Kacklabor. Wo hier Menschen ausgeschüttet werden. Ah, warte mal. Vielleicht ist das der Kontrollraum. Oha. Nein, das macht keinen Scheiß. Oh Mann. Ich trinke einen Schluck, um meine Peinlichkeit zu überspielen. Ah. Wie ich gesagt habe, ich habe immer die übelst krassen Ideen, aber meistens ist es einfach. So meine Idee ist jetzt eigentlich auch folgendermaßen. Es gibt... noch einen Schlüssel. Erstmal kann ich versuchen, äh, ausrüsten auf die zwei. Ah toll, bleibt ein Gerücht. Genau bleibt eine Kugel über. Ähm. Wir müssen noch ein bisschen scheißlos werden. Wenn ich jetzt da durchmarschiere... Hier war doch eine Truhe, ne? So. Nein. Also brauchen wir das, äh, Item scheinbar nicht aus diesem Schrank. Äh, okay. Cool. Cool, 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 cool. Ich packe aus meinem Koffer das Klebeband. Reichen zwei Slots. Ist jetzt halt wieder die Frage, die sich mir stellt. Egal was ich ablege, ich werde das Item auf jeden Fall wieder brauchen. So. Speichern. Ich wollte auch den Schlüssel mitnehmen. Ach, drauf geschissen. Sarah hat da nämlich... Stephanie, ich weiß gar nicht, Stephanie glaube ich. Steffi, Stephanie. Hat ein Labor. Also hat einen privaten Raum, wofür ich einen Schlüssel habe. Und ich weiß nicht, ob der hier irgendwann kommt oder unten. Äh, oder oben im Hotel war. Ich habe jetzt natürlich nicht... Hä, Stephanie. Stephanie hat irgendwo einen Raum, wo ich einen Schlüssel habe. Und ich weiß nicht, ob der oben oder unten ist. Ich habe auch nicht alle Rätsel gelöst. Meister, in deiner Abwesenheit hat der Heilige Fatih Experimente fortgesetzt, die du vor deinen Abreisen für uns vorbereitet hast. Unsere Versuche, die menschliche Gestalt zu verbessern, wurden ordnungsgemäß ausgeführt. Aber ich kann mich nicht mit den schrecklichen Dingen versöhnen, die ich meinem Sohn Aquiles angetan habe. Bei dem Versuchen mich an deine Prinzipien und Lehren zu halten, habe ich meinen Jungen in ein Monster verwandelt. Meine Hingabe zu dir und deinen Zielen steht außer Frage, aber ich kann es nicht mehr ertragen, wenn ich sehe, was aus Aquiles geworden ist. Ich glaube fest daran, dass du bei deiner Bekehr dort erfolgreich sein wirst, wo ich versagt habe. Mein Pfad endet hier über das Prinzip des Feindbildens. Äh, wie mir nächstes. Klingt nach Selbstmord? Maybe? Sag mal ne Speicherruhe. Ja, Moin. Und ne Truhe. Und Unmenge an Munition. Das macht mich immer misstrauisch, wenn ich ehrlich bin. Äh. 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 So schnell ist es Invental wieder vollgelullt. Hmm... Kann ich mehrere Gasmasken mitnehmen. Musse ich mehrere Gasmasken mitnehmen? Können... Nein. Wir müssen wahrscheinlich schon. Okay. Würde ich auch mal bedingungslos reingehen. Und sowas. Und auf die Knopf drücke, ne? Aha. Warte jetzt einfach mal. Wollen wir wieder zu machen? Ne. Gib dir nur zwei Druckkammern. Ha. Das ist ja einfach. Hallo? So. Und immer freue ich mich, dass ich wieder zwei Inventarplätze geöffnet habe. Das kann ich bestimmt aus irgendeinem Grund diesen Knopf drücken. Der vorher nicht zu drücken war. Logisch. Irgendwas sagt mir, das wird ein ganz böses Ende gleich nehmen. Oh oh. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er verwundbar ist. Oh oh oh. Er war mal verwundbar. Oh. Hat. Autsch. Feeling over time. Aua. Oh, du machst es mir gerade auch nicht leicht, ne? Aua. Lass mich kurz nachdenken. Aua. Okay, ähm. Irgendwie muss ich... Ich muss ihn irgendwie unter die Dinger kriegen? Ich bin mir gerade aktuell nicht sicher. Macht das denn was hier vor? Ne, ich denke nicht. Das ist eine starke Hand, ja. Aua. Ich denke ich muss ihn irgendwie hier gegenfriggern. Aua. Alles klar. Aua. Schön. Ähm. Lass mich raten, nur mir tun die Fässer weh. Ja. Ich bin halt wieder zu blöd zu merken, wie dieses Rätsel zu lösen ist, ne? Aua. 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 Empfindlich, gegen über Kugeln, ja. Dann nehme ich mal größeres Geschütz. In deine Fresse. In deine Fresse! Also doch. Okay. Muss man wissen. Er sollte mit seinem Armbuck mal zum Arzt gehen. Den Muskelaufbau. Jetzt bist du gestört, wie ich gedacht hab. Okay. Den Browser gestört. Er hat sich weggeduckt. Ihr habt es gesehen. Gut, dass er genau daneben sitzt. Mir auch unbegreiflich, warum... Warum die grünen werden, wenn er verwundet ist? Okay, er will immer noch. Also, er hat sich um. So. So. Dann bin ich damit. Oh! 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 oh ja perfekt nicht aufs gesicht meine mutter will einen offenen sarg bitte nicht ja schön ich sehe schon wie er schwächer wird durch das gas perfekt einfach da habe ich ja das problem ich würde die hand drauf halten auf die scheibe wenigstens und sind noch gute gasmasken da könnte man jetzt vielleicht ich eine nein herrungenschaft freigeschalten der schänder okay ich also wirklich als ob ich das freiwillig gemacht hätte alle die die vorher noch nicht das spiel gesehen haben wir befinden uns auch in einer parallelwelt die um 1800 parzer quetsche spielt 1890 oder so weil diese sekte nenne ich es jetzt mal ein artefakt verehrt und damit experimentiert was wir 1890 aus dem bergwerk ausgegraben haben und sehr viele minenarbeiter wurden dabei verschüttet und ich habe das gefühl die werden mich gleich jagen was ist dies du are you are you real it's you this is all your fault he never wanted to help you 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 forced him to do it we were supposed to be together forever and you ruined everything ich bin das artefaktor in das artefaktor Alles klar, das Artefakt hat sie absorbiert oder was? Ich gehe mal davon aus, dass das Mädchen gemeint hat, wir wollten halt mit dem Jungen zusammen sein. 20. September 2060. Emily, ich möchte, dass du weißt, dass du das Beste bist, was mir je passiert ist. In unseren anderen mag nicht dasselbe Blut fließen, aber ich liebe dich immer noch von ganzem Herzen, mein liebes Mädchen. Mir ist klar, dass du die Arbeit von Christopher und mir verabscheust, aber du musst verstehen, dass wir keine andere Wahl haben. Wenn unsere Arbeit am Universaltransporter abgeschlossen ist, können du und ich von hier fortgehen und für immer zusammen sein. Danach können wir tun, was immer wir wollen, über das Prinzip des freien Willens. In Liebe, RL. Wer ist RL? RL ist schon sehr skurril. Rechts oder links? Ja, erstmal rechts rum. Sehr skurril, wenn du als, keine Ahnung, in 18, 90er Jahre, als Archäologe, auf einmal so ein Phänomen erlebst. Meier weiter macht, als wären jetzt Gebärs. Wenn sie es verehren, dann finde es doch nicht. Wenn es so wäre, wenn es so einfach wäre. Die Wahl, ich bin außerdem in die falsche Richtung gelaufen direkt, ne? Maybe. Wenn es so wäre, was links noch gelauert hätte auf uns. Ich muss jetzt sagen, dass das Gas den Typen überhaupt gar nicht geschwächt hat. Oder es war... Achso, ich kann schnell laufen. Okay. Ich bin nur ein bisschen wanky. Äh, oder das Gas ist halt nach unten gezogen. Er ist halt reingefallen, ne? Ich kann gar nicht an den Knopf fahren, okay. War bestimmt die Belüftung. Na ne, lass mal. Ich kann einfach nur laufen. Ich würde das. Vor allem. Aber es ist Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind jetzt einfach durch eine Tür gelaufen. Wir sind jetzt in irgendeiner Luftschleuse scheinbar. So, dass er sich so lange noch schleppen kann, das wundert mich schon. Was ist das für ein Mädel? Die Frage ist, wer liegt da links in dem Kanister, der noch intakt ist? Jetzt noch ein, das ist jetzt noch geil, jetzt ein schönes Rätsel noch. Kann ich hier nicht drauf drücken? Hallo? Ich kann hier übrigens nichts für die wanky Cam, die kommt von alleine. Ich mache eine Kanister auf und das Mädel ist total sauer und tötet uns oder stirbt einfach selber. Kann man das Ende auch in die Länge ziehen, ja. Kann sich selber kaum auf die Beine halten, nimmt aber das Mädel hier noch raus. Das ist wie mit dem Flo-Mos in Baywatch. Ah, da kommt eine Eingebung, ich muss ins Zimmer 610. Ach nee, das war ja mein Zimmer, ne? Oh Gott, eine ganze Woche und ich habe noch nichts für das Rapport. Oh, es geht mir von vorne los, Jungs. Und Mädels. Ja, naja, ich habe irgendeine Anomalie in der Badewanne, da mache ich einfach mal die Tür hinter mir zu und gehe einfach raus. Oder auch nicht. Hey, Hilfe! Da ist etwas drin, ich muss rauskommen. Er hat sich auch die Frage, warum man in seinem eigenen Zimmer eingeschlossen ist. Daddy, ich habe dich gefunden. Was? Wer bist du? Woher kamst du? Bitte, vergib mir. Ich wollte dich nie so wehren. Das ist der einzige Weg, Dad. Du musst ohne mich gehen. Ich liebe dich. Was ist mit ihrem Mund? Wo? Wtf? Wtf? Du bist der Endboss. der rechts neben uns war der typ an der der portier sag ich mal der uns im hotel empfangen hat jetzt, meine Frau, unsere Arbeit kann endlich beginnen bald werde ich den Dilemma der Freewill nicht mehr als eine distant Geschichte in der Geschichte des Humankind und das ist der Mann der will helfen mir zu tun Ignorant Frau! Du glaubst wirklich, ein einfaches Knife wäre genug zu stoppen? naja nein 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 you're the key to everything i said stay back i know what you've been doing here what you've done to all those innocent people you must understand i only did what was necessary necessary you you're a fucking monster monster psychopath god i've been called many things of the last century roberto but do you know what all those things have in common leo er ist der aus der mine wahrscheinlich auch noch also ist der gründer power to see the bigger picture power to take one's destiny to his own hands power to overcome death itself power of choice blub roberto let us become the masters of our own destiny together ach na super chat was soll ich tun ich glaube man kann ihn nicht erschießen ich glaube man kann ihn nicht erschießen ich bin vous leo 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 was supposed to be you it had to be you how did you make the wrong choice to the principle of free will Jetzt muss ich wieder wieder anfangen. Kein Problem. Wtf? Mein Kopf... Gott, man fängt wirklich von vorne an. Scheiße. Das war bestimmt das gute Ende. Das könnte in der Tat wirklich sein. Da kommen wieder die super Tipps. Ich habe mich ein bisschen gespoilert, als ich nach den Lösungen für die Rätsel gesucht habe. Und es ist halt wirklich so, dass man sich eigentlich am Ende selber umbringen kann. Was hat die Frage? Tja... Ne? Ich habe nur C geschafft. Zwölf, dreiviertel Stunde gespielt. Ich muss einfach außerhalb der Box denken. Jetzt mal die andere Seite, ne? Ich bin ein Bergmann geworden. Wie kam das alles? Wie kam das denn? Wie kam das denn? Von dem ich verstehe, hat es alles begonnen hat in 2060. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Die Frau. Ich bin ein Mensch. Sie war zu stark. Unpredictable. Ich musste sicher, dass sie nicht subvertirte any of meine Plans. Unsere Plans, Roberto. Aber das ist jetzt nichts. Sie hat ihre lange Zeit nach dem Vergangenen, um die Zeit zu setzen, wieder einmal zu machen. All zu bringen Sie hier, zu diesem Moment. So... ... was jetzt? Ich habe dich für so, so lange, Roberto. Komm, unser Zukunft erwartet. Das ist Weske. Na, habe ich das schon an der Munobore gesehen? An der Prinz des freien Willen. Was ist das? Vielen Dank.